Hallo, ich habe heute Premiere und zwar ist das mein erster Goodiebag-Tausch. Ich hatte ihn gesehen bei der Heike im Video und habe sie dann angeschrieben, ob wir nicht einfach mal tauschen wollen. Sie hat meinen auch schon bekommen und auch schon ein Video davon hochgeladen. Ich möchte euch trotzdem den hier noch zeigen, obwohl ihr den eigentlich schon aus ihrem Video kennt. Ich packe ihn einfach mal aus. Ich tue erstmal die kleineren Sachen beiseite. Und zwar ist das dieser hier. Den hatte ich gesehen und wie gesagt mir ausgesucht, weil ich den so toll fand. Die Glitzersteine und hier die Sternchen drauf. Vor allen Dingen war ich neugierig, wie sie das mit dem Verschluss hier gemacht hat. Das kenne ich nämlich noch nicht. Ich mache ihn mal auf. Und zwar geht er hier hinter der Verschluss und dann wahrscheinlich da durch. Also, okay. Hier ist die Post drin. Ich hole den mal raus. Den lese ich dann allerdings später. Echt hübsch gemacht mit dem Umschlag da drauf in die kleine Ecke. So. Ich mache ihn einfach mal auf. Mal gucken, was so drin ist. So Washi Tapes. Die Farben habe ich auch nicht. Dankeschön. Jetzt kommt was ganz Süßes, sehe ich gerade. Und zwar so Paperclips. Mit Pumpkins. Mit einer Blume. Noch ein Pumpkin. So. Dann hier so ganz süße Filzteile für Halloween. Und Herbst. Ich glaube, da weiß ich auch schon, was ich damit mache. Könnt ihr das sehen? Dann noch ein Paperclips mit einer Spinne. Voll toll. Oh, noch ein kleiner Strassstern. Er will weg. So. Dann hier so Tags. Hat sie noch? Verschiedene. Die sind vom Action. Die kenne ich. Just for you. Dankeschön dafür. So. Dann ist der leer. Aber sie hat noch zusätzlich was rein. Liegt. Ich finde den ganz toll drin. Das Goodie Bag. Ich zeige euch den nochmal. Dann hat sie mir so Puffy Sticker reingetan. Die habe ich auch noch nicht, glaube ich. Oh, voll süß. Weihnachtssticker. Geht ihr das? Und Buchstaben. Buchstaben gehen irgendwie immer. Die kann man immer gebrauchen. Und jetzt voll toll. Darüber wird sich meine kleine Nichte freuen. Süß. Dann ein Beutel ganz vielen Strasssteinen. Vielen, vielen Dank. Standsteile. Ich packe sie mal aus. Schmetterlinge. Kleine Ticks. Ah, ich glaube, sie hat auch eine Big Shot oder sowas. Nämlich Standsteile dafür, glaube ich. Oder eine andere Prägemaschine. Voll süß. Blümchen. Danke. Und ich habe noch eins. Es glitzert jetzt so in der Kamera. Oh, wie süß. Mit einem Geist. Und noch ein niedlich. Guck mal. Und noch einen mit Spinnen und Kürbis. Echt toll. Ich habe mich super darüber gefreut. Also wenn jemand noch mal mit mir tauschen möchte, einfach Bescheid sagen. Ich bin zwar noch am Anfang. Aber dann würde ich mich echt freuen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.